Im Miteinander suche ich Freude für uns. Klänge sind überall. Für mich kommt es darauf an, sie zu finden. Die Kräfte von Sonne, Wind, Wasser und Erde können in einer Melodie verschmelzen und unsere Herzen berühren. So wie ich Berührungen auch für uns immer wieder schaffen will. Mit meiner Musik, mit meinem Wirken, mit meinem Sein. Mit Violine und Gesang vermag ich mein Publikum mit verschiedenen Programmen zu erfreuen. Oft sind es Melodien traditionellen Ursprungs, die ich weiterverarbeite. Bis zu meinem eigenen Stil. Keltisch, Fork. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Zu erleben sind die beliebten irischen und schottischen Lieder und Tänze mit Gesang, Geige, Boron, unterstützt von einer eingespielten Gitarre oder einer kompletten Band. Auch Klänge vom Balkan fließen ein. Gern gestalte ich zukünftige Veranstaltungen mit. Und so erhalte ich die Gelegenheit, mit meiner Musik weitere Freude zu bereiten. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Herzlich, Kat. Gern gestalte ich mich. Gern gestalte ich mich. Gern gestalte ich mich. Vielen Dank.